Ich habe es mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fähigkeiten sein. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wohnt ich da! Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben! Los, Feuer frei! In Deckung! Denk, Farrick, eine Inquisitorin? Kärner! Farrick! 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 Kärle, wir müssen zurück! Kärle, komm zurück! Kärle, move ins zu hin! Kärle, komm zurück! Kärle, komm zurück!